Jo, ajo, meine lieben Freunde, ich habe ja eben meinen Platz an der Sonne nicht mehr gefunden. Ich habe ja gesagt, ich werde mich an höchster Stelle beschweren. Ähm, ja, Mama hat mir mal erklärt, dass das, was ich jetzt hier gleich, ähm, anspreche, so, äh, von einigen Leuten als, ähm, Telefon an höchster Stelle benutzen. So, und jetzt versuche ich jetzt einfach mal, ich rufe der jetzt mal an. Hm, da sitzt aber keine Wildscheibe dran. Den muss ich wohl so einfach sprechen. Okay, also, pass mal auf. Hör mal, Jesus, du bist ja jetzt hier quasi so die höchste Stelle, die ich ansprechen kann. Und ich möchte mich über einen Mitarbeiter von dir beschweren. Das ist, äh, im Volksmund, die Frau Holle. Aber bei den, bei den anderen Leuten, die, die Katholischen, glaube ich, da ist der Petrus, der das Wetter macht. Also, würde ich vorschlagen, du gibst mal dem Petrus eine Abmahnung, weil das mit dem Wetter ist eine Frechheit. Das hat mein Uropa schon gesagt, das Wetter ist eine Frechheit. Jawohl, so, und da ich jetzt nicht weiß, an welche Stelle ich mich noch wenden soll, wende ich mich an dich, Jesus. Und bitte, sag doch dem Petrus endlich mal, er soll schönes Wetter machen, bitte. Weil, das da draußen, das ist echt blöd. So kann ich meine Sommermode nicht verkaufen. Muss ich noch Wintermode machen für, für alle Laufbären und andere Plüschis. Die müssen alle jetzt noch meine, meine Übergangssachen kaufen, bestellen. Jawohl, aber das ist ja mal Wurst. Alle wollen Sonne. Unsere Emilia, die, die braucht die Sonne, die schläft nur noch. Die kann nicht mehr, die muss aufgeladen werden. Wir müssen alle aufgeladen werden. Jesus, bitte. Bitte, bitte gib dem Petrus eine Abmahnung, ja. Außerdem stehst du doch sowieso übermorgen auf. Dann kannst du das machen. Steht doch heute schon auf. Oder bist du heute aufgestanden? Ich kenne die Geschichte nicht genau. Ich bin ein kleiner gelber Bär, ich bin da nicht so firm drin. Also, wenn du schon mal wach bist, dann sag dem Petrus Bescheid. Schluss mit Schnee. Her mit der Sonne, bitte. Ja? Dankeschön. So. Ich lege jetzt auf. Tschüssi Kowski. So, Leute. Ich hab mich dann mal an höchster Stelle beschwert. Ich hoffe, das kommt an. So. Tschüssi Kowski. Ich hoffe, ich glaub das. Tschüssi Kowski. Vielen Dank.